Halli und Halli und willkommen zu Blacklight Retribution! Wir sind wieder im Blacklight Retribution unterwegs. So, ich habe vorher angesagt, dass ich jetzt gerade aufnehme. Mich haben hier schon alle möglichen Leute hinzugefügt. Ich kann mal hier ganz kurz alles annehmen, was hier mir was geschickt hat. Wie beim letzten Mal, werde ich auch diesmal sagen, wenn ihr das nächste Mal mitspielen möchtet, wenn ich eine Session mache, einfach vorher Bescheid geben, bzw. ich gebe vorher Bescheid auf Facebook oder Twitter und ihr könnt mir dann einfach hinterher hüpfen. Wenn ihr mich hier geendet habt. So, ich hüpfe jetzt einfach mal flott, wie ich bin, in ein Deathmatch. So, hier, Containment. Ich bin total fertig. So, eben gerade noch Fahrrad zusammengebaut. 16.30 hab ich gesagt. Ach, als ob ich das einhalten kann. Konnte. Ein Schimpanse wäre schnell fertig gewesen, diesen blöden Fahrradreifen zusammen zu flicken. Ein trainierter Schimpanse. Ich bin natürlich... Oh. Ha. 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 So. Jetzt wollen wir mal richtig loslegen. So, da hinten ist doch schon der erste. Divine Destiny. Von dem her weiß ich, dass er hier ist. Er hat vorher Bescheid gesagt, dass er sich hier rumtreiben möchte. Ah. 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 Sonst bin ich mich ja... bereite ich mich natürlich immer darauf vor, dass ich hier spiele. Jetzt, jetzt bin ich hier total... einfach so... Ah. Gotcha. Große Bedrohung ausgeschaltet. Wie hab ich das denn gemacht? Ha. Ah. Dem hab ich's gegeben. So. Ha. Ich hab ich... Ha. Stirb. Au. Toll, Baume. Hab ich jetzt die Granate geworfen. Ich dachte, er braucht noch ein bisschen. Ach, da unten ist ein Depot. Och, Mensch, Mensch, Mensch. Ha, ha, ha. Wo ist denn jetzt das Depot hin? Ach, da. Hey, warum hast du dich wegbewegt? Nein. Ich wollte den Paranzkasten. Da hinten ist Black Hawk. Den holen wir uns jetzt von hinten. Black. Hawk. X. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich muss gleich mal auf meinen Kopfhörern den Sound leiser machen. Och, renn weg. Ai, ai, ai. Uah. Nanananananananananananananananananananananananananananananananana. Du miese... Po... Popel... Maschine. Auf Doom. So, jetzt. Kuro Spada. Den hol ich mich jetzt. Kuro... Kuro Spada. Der... Der will ja schon getüttelt werden von mir. Tja. Okay, ich hab mein... Ah, so. Haha, ich wollte grad sagen, ich hab mein... Zieh aus den Augenkollern. Du gehst nicht in diesen Mech rein. Oh, haha, nein, nein, nein. Das ist nicht so. Ha! Headshot! Also. Aber... Aber gekillt hab ich ihn. Immerhin. So. Kuro Spada ausgeschaut. Black Hawk. Der will sich bestimmt auch den Mech holen. Ich weiß jetzt ne Granate oder die Fresse. Ha! Oh, 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 oh. Weißt du überhaupt schaden da? Hm. In den Mechs hat man keine Wärmesicht. Deswegen... Uh, guck, was hat er denn hier? Eine Minigun? Ich hatte noch nie eine Minigun. Au! Ist die gut? Ist die gut gegen die? Gegen Max? Au! Komm her. Die Wein. Come on, get it, get it. What, what? Come on, get it, get it. Wow! Black Hawk exig. Tja. Ist bestimmt der gewesen, der mich ungebot hat. Bestimmt nicht. So. Haha. Sieg ist mein. Ah. Ah. Dem habe ich es, äh, gegeben. So. Ich gebe nochmal ganz kurz aus dem Raum raus. Was hab ich für einen Score? 5-4? 5-4. Ha. Und das, dass ich... Yuki2in7 ist online? Krass. Krass. Unglaublich. So. Wie viele können in den Raum rein? 7 von 12? Dann kann ich ja direkt hier drin bleiben. Au! Mann, 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 Mann. Wie lange dauert das hier noch? 42 Sekunden. Dann gehe ich nochmal in den Shop rein. Mir ist alles mögliche Zeug ausgelaufen. Ich bin Level 10. Das heißt, ich kann mir gleich, äh, ein neues Zeugs kaufen. So. Granate. Was kann ich mir kaufen? EMP-Granate. Digi-Granate. HRV-Köder. Kampfmesser. Betäubungsmine. Kann ich mir normale Mine kaufen? HRV-Blackout. Kampfmesser. Schon cooles Zeug hier. Schon cool. Schon cool. Schon cool. Betäubungsmine. Shock-Granade. Ich glaube mir mal das HRV-Blackout. Das ist gar nicht schlecht. Für den Tag. Hier. Wunderbar. Zack. Gekauft. Ausgerüstet. 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 So. Oh. Es geht schon los. Unbelievable. Wie ist das für die Zeit? Fünf Minuten. Wunderbar. Wunderbar. Nice. Toll. Toll. Zurück zur Lobby. Wo? Da. Geil. Spielbeginn. zu Pro. Ich bin zu Pro. Ich bin zu Pro. So. Hab ich jetzt hier? Ah. Ich hab dieses. Herv. Blul 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 blul. Headshot. Haha. Du bist ja. Mit h. Dr. Radka. Dr. Radka. Haha. Rice von Dr. Radka. Dr. Radka. So. Wo kam... Du miese. Du. Ich hab ihn ja auch noch gesehen. Das ist das Schlimmste. Respawn. Sind mir Yuki's mit mir hergejoint? Krass. Ai, 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 ai. Unbelievable. War auch ziemlich kurzfristig. Ich hab, glaub ich, ne Stunde... Ach, da kommt er schon in der Nächste. Ich hab schon eine Stunde vorher angesagt, dass ich das hier mache. Au, Kuro Spada. Ich muss mal mehr hier die Wärmesicht benutzen. Oh, da kommt er um die Ecke geschlichen. Ist er unsichtbar? Wo ist er denn? Ich hab ihn doch gesehen hier. Oh, Tata, ist er sich versteckt. Die miese Sau. Fies. Einfach nur fies. So, und bevor ich hier aufnehmen konnte, also, nachdem ich hierher gesprintet bin, weil ich mein... Ah! Nachdem ich hierher gesprintet bin, ist mir das zehnmal meine Kamera umgefallen, weil mein Stativ zu scheiße ist. Unglaublich, unglaublich. Ich muss ja extra hier für mein Handy mein Stativ auskramen. weil ich... weil ich euch, äh, die qualität meiner Webcam nicht antun möchte und ich sie nicht wiederfinde. Sie muss irgendwo draufgegangen sein bei einem der unzähligen, ähm, Umzüge. Oh, wer kommt mir denn da entgegen? Ich weiß, wenn wir die HRV Blackout-Germinien... Ah, nein! Ich fand den Plan so gut. Ich fand den Plan jetzt richtig gut. Oh, Mann! Haha! Respawn! Was steht hier? No signal? Tja, dann muss ich mal den Anbieter wechseln, ne? Der hier ist schlecht anscheinend. Headshot! Du bist jetzt der Kriegsherr. Oh, nicht schon wieder alle. Achso, 4-4. Ha! Oh! Da ist ja schon wieder der Divine. Ah! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was hat er für einen Score? 3-2? Pff. Nur Noobs haben 3-2. Haha! Die Pros haben 4-5. 4. 4-5-4-4-3. Was? Tsch! So. Kuro, spada! Kuro, Kuro, don't töte mich! Haha! Den hab ich bezahlt, damit er mich immer töten lässt. Ah, da, 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 da! Da, Rice! Von Dr. Rett. Mir wurde eine Anfrage in Farmville gesendet. Haha! Cool! Farmville. Ich liebe Farmville. Ich soll ein Let's Play zu Farmville machen. Farm... Let's Play Farmville mit Neo. Haha! Mit Facecam. Natürlich. Action geladene... Action... Die Action geladen ist, ist Action geladen. Ha! Ha! So! Kuro, spada! Yuki! Yuki, komm her! Komm um die Ecke! Uuuh! Ha! Ha! Bleib da, wo du bist, bis ich hier fertig bin. Komm um die Ecke! Ha! Gotcha! Das sah jetzt schon cool aus. Ha! 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 Sieg! Unglaublich! So! 6, 7 kriegst du ja trotzdem. Ich gewinn hier halt, weil ich immer Headshots verteile. Die anderen... Die anderen machen es wieder auf Masse. Ne? Ich mach's auf Klasse, ne? Masse. Äh, Klasse statt Masse. So, erstmal HRV-Blackout platzieren. Und... Und... Jetzt hab ich dem Ninja wahrscheinlich auch noch in den Arsch gerätet, weil... Äh, ich soll vielleicht mal sagen, was dieses scheiß Ding bringt. Das tarnt auf diesem... Hitzesichtfeld. Jum! Camper Noob. So. Das tarnt auf diesem, äh, Heatrevisionfeld. Dings. V. Die V-Sicht hier. Diese... Sicht. Da tarnt das. Da wird man dann nicht mehr gesehen. In dem Bereich. Wird keiner mehr gesehen. Da, 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 da. Bin ich immer noch erster? Oh ja. Klar. Klar. 7 zu 10. Los. Los. Oh. Eine Laterne. Angstvoll Laternen. Oh, 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 oh. Blackhawk X. Du. Musst leiden. Blackhawk X. Oh Gott. Musst mir gleich mal was zu trinken holen. Mein Hals kratzt. Kratzt. Und wenn mein Hals kratzt, das ist nicht gut, weil dann kratze ich ab. Ah. Wo? Was? Warum? Kommst du her? Ha, 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 ha. Der Sieg ist mein. Sturmgewehr? Ich will kein Sturmgewehr. Ich behalte meine, meine, meine Maschinenpistole, die ich hier habe. Gut, du spadar. Komm her. Ich habe dich bezahlt, damit ich dich umbringen kann. Habe ich eben erzählt. Oh, 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 oh. Nicht stimmen bleiben. Nicht stimmen. Gro. Ah, nee. Wer ist das? Weiß ich nicht. Komm her. Komm her. So, ich mache Ihnen ein Stück. Bis jetzt zur nächsten Folge. Umhälte den Link zur nächsten Folge. Bis denn dann. Und tschüss.